Die Ludwig Hopfeld AG war ein in Leipzig ansässiges Unternehmen, das mechanische und selbst spielende Instrumente herstellte und vertrieb. Ihr Gründer war Ludwig Hopfeld. Geschichte Ludwig Hopfeld übernahm am 1. Juli 1892 die zwischen 1880 und 1882 durch J. M. Grob und zwei Partner gegründete Musikalienhandlung J. M. Grob und M. Co. In Leipzig-Eutritsch, die anfangs nur Instrumente verkauft hatte, ab 1886 auch selbst spielende Klaviere und Orchestrien baute. Nach der Übernahme wurde der Name in Hopfeld Musikinstrumentenwerke geändert. Das Unternehmen verkaufte weiterhin selbst spielinstrumente anderer Hersteller wie das Symphonion, die Calliope und die selbst spielende Zittacordophon. 1902 brachte Hopfeld in Konkurrenz zum amerikanischen Pianola das Phonola als sogenanntes Kunstspielklavier heraus, das zuerst vor allem als sogenannter Vorsetzer in größeren Stückzahlen verkauft wurde. Wie der Name Pianola in Amerika und Großbritannien wurde die Phonola in Europa zum Synonym für ein selbst spielendes Klavier. Es folgten 1904 Dekasekunden Phonolist als elektrisches Klavier mit künstlicher Betonung vor allem für klassische Musik und eher für den Hausgebrauch. Während das Klavieticht als Gaststättenklavier nur eine bescheidene Betonungseinrichtung besaß und vor allem für Tanz- und Unterhaltungsmusik ausgelegt war und die Grundlage für die meisten Hopfeld Orchestrien bildete. Eine große Herausforderung für Hopfeld kam 1904 als das Freiburger Unternehmen M. Welte und M. Söhne das erste Reproduktionsklavier der Welt mit dem Namen Weltemignon auf den Markt brachte. Ludwig Hopfeld benötigte mehr Kapital für die nötigen Investitionen zur Entwicklung und zum Bau neuer Instrumente. Daher wurde das bisherige Unternehmen in eine neu gegründete Aktiengesellschaft, die Ludwig Hopfeld AG, eingebracht. Im Gegenzug zum Weltemignon wurde die Hopfeld DEA entwickelt, ein Reproduktionssystem, das 1908 auf den Markt kam. Später wurde dieses zum Trifonola, einer Kombination von Kunstspiel, elektrischem und Reproduktionsklavier, weiterentwickelt. Nach 1911 produzierte Hopfeld dann Instrumente, deren Notenrollen sich im Format nach der Buffalo Convention richteten und dann mit dem Zusatz-Animethik versehen wurden. Notenrollen wurden mit Animethik, Animethik S, Animethik SJ und Animethik T bezeichnet. 1905 oder 1906 stellte die Mills Novelty Company in Chicago, USA, das erste Orchestrion mit einer integrierten Geige vor. Dieses Instrument, die Automatic Virtuosa, hatte im Oberteil eine liegend eingebaute Geige. Die Seiten wurden durch vier sichdrehende Zelluloidscheiben gestrichen. Ab 1909 gab es ein verbessertes Modell, die Violano Virtuoso. 1908 präsentierte Hopfeld ebenfalls ein Orchestrion mit integrierten Geigen, die von Karl Hennig konstruierte Phonolist-Violina. Dies war ein über zwei Meter hohes Instrument mit einem selbst spielenden Klavier im Unterteil, in dessen Oberteil jedoch drei Violinen an einen runden, sichdrehenden Geigenbogen gedrückt wurden. Die größeren Instrumente und Orchestrion nannten sich Sinfonie-Jazz-Pan, Phonolist-Violina, DER-Violina, Klaviticht-Violina, Pepita-Violina-Orchestre und Helios. Nach dem Ersten Weltkrieg produzierte Hopfeld auch Kinoorgeln. Über fünf Millionen Notenrollen für die Hopfeld-Musiksysteme wurden im Jahr gefertigt und verkauft. Das Unternehmen produzierte eine riesige Menge an Variationen. So ein Phonolist-Violina-Orchestrion mit sechs Violinen und einem automatischen Rollenwechsler, der bis zu zehn Rollen direkt hintereinander spielte. Der Zuhörer konnte die Rolle seiner Wahl per Knopfdruck an einem Kästchen an der Wand selbst bestimmen. Zwischen 1910 und 1911 wurde in Böli-Zerenberg, einem heutigen Stadtteil Leipzigs, eine neue, circa, 100.000 Quadratmeter große Produktionsstätte errichtet, in der anfangs 1200. Einige Jahre später bis zu 2000 Beschäftigte arbeiteten und Hopfeld damit zum weltweit größten Hersteller mechanischer Musikinstrumente machten. 1910 wurde in Leipzig das Hopfeld-Haus mit Verkaufsräumen und Konzertsaal eröffnet. Hopfeld kaufte namhafte Klavierfabriken 1918, die Pianofabrik Karl Rönisch in Dresden 1920 a. H. Grunert in Johann Georgenstadt und 1924 Steck in Gotha. Doch der Markt veränderte sich und die schlechter laufenden Geschäfte zwangen Hopfeld 1926 zur Fusion mit der Klavierfabrikgebrüder Zimmermann, die sich 1904 in Eilenburg niedergelassen hatten und dort über eine große und moderne Fabrikation verfügten. Das Unternehmen firmiert von nun an unter Leipziger Pianoforte und Empfonola Fabriken, Hopfeldgeber, Zimmermann AG Eilenburg und hatte Standorte in Leipzig, Eilenburg, Dresden und Seifennersdorf. Das Unternehmen war mittlerweile der größte Pianohersteller Europas. Gegen Ende der 1920er Jahre brach der Absatz durch das Aufkommen von Schallplatten und Radios stark ein. Am 30. Juni 1931 wurde das Eilenburger Werk geschlossen. Die Produktion musste 1934 fast vollständig eingestellt werden, es wurden nur noch in bescheidenem Umfang Klaviere produziert. Die Produktionsanlagen wurden im Zweiten Weltkrieg zur Herstellung von Militärbedarf genutzt und wurden durch Bomben sehr stark beschädigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Ludwig Hopfeld enteignet, das Unternehmen wurde 1949 in VEB Deutsche Piano Union umfirmiert. Das aber weiterhin Klaviere auch unter dem Markennamen Hopfeld produzierte und verkaufte. Danach war die Pianofabrik Leipzig GmbH und MbK KG in der Ludwig-Hopfeld-Straße. 16 Inhaber der Markennamen Rönisch und Hopfeld und produzierte bis zur Insolvenz am 13. August 2009 Instrumente mit diesen Namen. Rönisch wurde von der Julius Blütner Pianoforte-Fabrik übernommen. Rönisch wurde von der Jungen-Hopfeld-Straße.